Hallo und ein ganz herzliches Willkommen auch wieder zu dieser Folge des Phoenix Mindset Podcast, wo es um Erfolg und Lebensfreude geht und in der heutigen Folge darum, was du tun kannst, wenn mal wieder alles zu viel wird, wenn sich so das gesamte Universum gegen dich verbündet zu haben scheint. Wie kannst du damit umgehen? Was kannst du machen, dass du eben nicht total überwältigt in die Knie gehst? Und genau darüber werden wir heute sprechen in dieser Folge des Phoenix Mindset Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Mein Name ist Sonja Piontek und lass uns gleich durchstarten. Ja, wir kennen sie alle diese Tage. Manchmal sind es auch ganze Phasen im Leben, Wochen, gefühlt Monate, wo schlichtweg alles zu viel wird. Wo man echt so das Gefühl hat, das gesamte Universum hat Anlauf genommen, um mir das Leben schwer zu machen. Wo es so das Gefühl ist, es kommt extrem viel aufeinander. Eine Sache nach der anderen geht schief und es ist so, nichts ist mehr im Flow und es ist einfach zu viel. Im Englischen gibt es ja diesen schönen Spruch When it rains, it pours. Das heißt, wenn es schon regnet, dann regnet es nicht nur, sondern dann schüttet es ganz gewaltig. Und das sind eben so diese Phasen, wo man dann echt denkt, es kann nicht wahr sein. Was soll denn jetzt noch kommen? Warum denn noch was und noch was und noch was? Und die Aufgabenliste wird irgendwie nicht kürzer, die wächst jeden Tag und hier ist noch was und da ist noch was. Und dann sind es oft die ganz kleinen Dinge, die das Fass zum Überlaufen bringen. Einfach, weil es zu viel ist. Jetzt ist wichtig, dass du verstehst, es ist völlig okay, dass du dich in so einer Situation überfordert fühlst. Und es ist auch völlig okay, wenn du Frust spürst, wenn du diese Schwere auf deinen Schultern spürst. Denn das sind Situationen, da wird das menschliche System wirklich getestet. Was aber nicht okay ist, wenn du in dieser Stimmung hängen bleibst. Wenn du das persönlich nimmst. Das Universum, das Schicksal hat es auf dich abgesehen. Alle sind gegen dich. Oder wenn du dich sogar als Versager fühlst. Weil da liegt echt eine Gefahr drin. Es gibt diese Phasen, wo wirklich extrem viel aufeinander kommt. Aber da ist es wichtig, eben Schritt für Schritt mit den richtigen Werkzeugen sich rauszuarbeiten und diese Phasen so zu navigieren, dass du eine Chance hast, hinten wirklich mit einem Lächeln und wieder gut rauszukommen. Was kannst du also konkret machen, wenn du an so einem Punkt in deinem Leben bist, wo einfach alles gerade zu viel ist? Und glaub mir, ich habe diese Punkte immer wieder. Jetzt habe ich mir in meinem neuen Leben wirklich eine phänomenale Work-Life-Balance aufgebaut. Ich bin viel draußen in der Natur. Ich bin ganz bewusst, kriege ich mir jeden Tag Glücksmomente. Ich habe einen wundervollen Partner. Ich habe eigentlich wirklich, nein, nicht eigentlich. Ich habe ein richtig tolles Leben. Und trotzdem gibt es Phasen, wo echt alles zu viel wird. Arbeit, Privates, Gesundheitliches. Da kommen dann irgendwie auf einmal so viele Themen zusammen, wo es öfft, wo es eng wird. Und da ist es wirklich wichtig, dass du die richtigen Werkzeuge an der Hand hast, um zu wissen, wie du durch solche Phasen gut durchkommst. Ich würde gerne mit dir acht Punkte besprechen heute, die mir sehr helfen, in solchen Phasen die Ruhe zu bewahren und da so gut wie möglich wirklich durchzukommen. Das allererste ist was ganz Banales. Atmen. Es heißt ja so schön im Volksmund, atme erst mal dreimal durch. Da ist ganz schön was Wahres dran. Weil wenn man in so einem Moment, wo man sich denkt, nicht noch was, nicht noch was, wenn man da erst mal die Augen schließt und ein paar Mal ganz tief durchatmen und sich wirklich auch auf das Atmen fokussiert. Nicht an das Drama denkt, was sich da gerade entwickelt. Nicht an all die unerledigten Aufgaben denkt, sondern einfach nur mal sich die Zeit gönnt. Und das ist ja nicht lange. Drei, vier, fünf ganz tiefe Atemzüge zu nehmen, da kommt eine ganz andere Ruhe schon mal rein. Das ist ja auch so der Kern der Achtsamkeit, wo man sagt, einfach mal erst mal zu sich kommen und atmen. Dann ein für mich immer ganz wichtiger Punkt, der mir unglaublich hilft, in solchen Momenten nicht total mich erschlagen zu fühlen. Nummer zwei, die Dinge wirklich einzeln betrachten und nicht als Summe. Weil einzeln sind die ganzen Punkte gar nicht so dramatisch, da ist es gar nicht so schlimm. Und wenn man die ganzen einzelnen eben sich anschaut, da kann man, also mir geht es wirklich so, da kann ich wirklich lächeln. Wenn ich dann so viele Themen habe, meine Aufgabenliste, die fast explodiert, wo ich auch dann sage, ich brauche eine zweite, dritte Seite, weil ich überhaupt nicht mehr nachkomme. Aber wenn ich mir die einzelnen Punkte anschaue, da kann ich sogar lächeln und sagen, hey, da freue ich mich drauf. Ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Und dann kommt eben noch ein Anruf rein, der gerade nicht so gut ist. Dann passiert hier noch was, dann passiert da noch mal was. Aber wenn man die wirklich jedes für sich einzeln betrachtet, dann fällt es viel leichter, auch ein Lächeln auf den Lippen zu behalten und sich einfach zu sagen, hey, die einzelnen Punkte sind okay. Und ja, die Summe ist gerade natürlich etwas überfordernd. Aber wenn man den einzelnen eben das Recht beibehält, wirklich gar nicht so schlimm zu sein und immer für sich denkt, hey, jeder einzelne Punkt ist okay, dann wirkt auch die Summe gar nicht so erdrückend und gar nicht so negativ. Und da kommen wir auch gleich zum Punkt Nummer drei, nämlich Fokus auf das Positive. Auch in wirklich krassen Phasen, wo du das Gefühl hast, du stehst total mit dem Gesicht zur Wand. Auch in diesen Phasen gibt es zumindest kleine Dinge, die positiv sind. Du kannst auch Etappensiege feiern. Wenn du zum Beispiel eine Aufgabenliste hast, wo du dann sagst, okay, das muss ich jetzt in dieser Phase alles noch erledigen. Was ich zum Beispiel mache, ich schreibe mir, also ich führe wirklich eine händische To-Do-Liste und mit einer unglaublichen Genugtuung streiche ich dann Dinge durch, die ich erledigt habe. Und gerade, wenn ich eben vor einer Liste von gefühlt tausend Punkten sitze und dann aber hier was durchstreichen kann, weil ich es erledigt habe und da was und hier noch was, das tut total gut. Und manchmal sind das ganz kleine Dinge, aber ich schreibe die ganz bewusst mit auf, um mir dann auch dieses Gefühl zu geben, hey, du hast einige Punkte schon erledigt, schon geschafft. Und dann ist so dieses große Schwere gar nicht mehr so im Vordergrund, weil du nämlich diese kleinen Erfolge, diese kleinen positiven Dinge viel stärker in den Vordergrund hebst. Vierter Punkt, auch ein ganz wichtiger und der hilft wirklich. Wenn es alles zu viel wird, ruf jemanden an. Ruf jemanden an, der für dich da ist, wo du wirklich auch mal deinen Frust wirklich ehrlich loslassen kannst. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von einer ganz lieben Freundin, die meinte auch nur, ey, das war jetzt echt alles zu viel. In der Früh ist sie mit ihrem Auto beim Einparken an eine, war hinten an der Parkgarage irgendwie so ein komischer Betonpfeiler noch nicht markiert rausgestanden, Heckscheibe kaputt. Oh, völliges Drama. Dann erst mal in die Werkstatt, riesen Trara, ein Drama ohne Ende. Das wäre alles noch okay gewesen. Dann hatte sie aber kein Auto mehr, dann hing sie total fest, hat sich dann heimfahren lassen müssen. Ein Riesengezick hat noch irgendwelche Meetings verpasst. Dann war sie zu Hause, dachte sich, so und jetzt auf die Couch und einfach mal durchatmen. Und dann kommt der Kater reingehumpelt auf drei Beinen. Tja, große Frage, was hatte der kleine Kerl? Hat auf jeden Fall offensichtlichen Problemen gehabt. Jetzt hatte sie kein Auto, konnte nicht mit dem. Zum Tierarzt fahren, hat dann einen guten Freund angerufen, der hat sie dann gefahren, der Kater im Auto 20 Minuten ein, Trara gemacht und wirklich richtig Angst gehabt. Und dann kamen sie spät, spät am Abend irgendwann zu dieser Notaufnahme an. Ja, und der erste Satz nach dem guten Tag war dann, ist ihnen bewusst, dass wir mittlerweile in der Zeit sind, wo wir einen dreifachen Satz verlangen. Ja, das heißt, das kleine Katzenpfötchen hat dann irgendwie 500 Euro gekostet. War nichts Schlimmes, aber das sind dann so Momente, wo man sich echt denkt, oh nee, bitte, was denn jetzt noch? Und da ist es wichtig, jemanden anzurufen, dem du genau das so erzählen kannst, der zuhört, der für dich da ist, der dich emotional in den Arm nimmt und dir nicht eben sofort sagt, ha, alles gut, alles wird schon, ha, reg dich bloß nicht auf, sondern der einfach mal sagt, boah, das ist echt schwer. Boah, Mensch, nee, bitte. Sondern der wirklich einfach deinen Frust da sein lässt, ohne dich aber weiter runterzuziehen. Was da ganz wichtig ist, ruf in solchen Situationen nicht jemanden an, der die Tendenz dazu hat, dich weiter runterzuziehen oder dir dann seine 17.000 Horrorgeschichten noch aufzudrücken. Weil das ist echt schwierig, wenn es dir eh schon nicht so gut geht, wenn zu viel gerade passiert ist. Und du dann noch von wem anderen so in so eine Negativ-Superspirale nach unten mitgerissen wirst, puh, dann wird es gefährlich. Also ruf jemanden an, mit dem du reden kannst, aber wähl die Person so aus, dass es jemand ist, der dich ernst nimmt, der auch deinen Frust ernst nimmt, aber der dann eher positiv ist und eben nicht dich mit nach unten zieht. Und dann, Punkt 5, vergiss nicht, das Leben ist wie ein Fluss. Nichts bleibt so wie es ist, alles verändert sich. Das heißt, auch diese Situation, in der du dich gerade befindest, auch die wird sich wieder verändern. Das bleibt nicht auf Dauer so. Und ja, auch wenn es sich im Moment echt grauenvoll schwer anfühlt auf deinen Schultern, das wird nicht so bleiben. Das ist doch ein ganz toller Moment, wenn du begreifst, hey, egal wie schwierig das gerade ist, es wird nicht so bleiben. Und ja, vielleicht geht es dann bald wieder hoch, vielleicht geht es auch mal wieder runter und vielleicht geht es auch noch mal einen Touch weiter nach unten. Aber grundsätzlich sind die Sachen, die Dinge doch im Fluss. Und das ist doch das schöne. Phasen, die mal nicht so toll sind, die gehen vorbei. Nummer 6, und der hilft mir immer ganz gut, ist, Dinge einfach nicht so ernst nehmen. Wir glauben zwar immer, dass so das, was uns gerade passiert, das Allerwichtigste und Schlimmste und Dramatischste und überhaupt im Leben ist. Hey, aber sind wir doch mal ernst. Das ist doch, vieles ist doch eigentlich, wenn man es sich mal betrachtet, gar nicht so relevant. Man sagt ja immer so schön, es wird nicht alles so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Und ich glaube, wenn man da manchmal einfach mit einem kleinen Augenzwinkerern Meter zurücktritt und sich die Situation mal von außen betrachtet, so dramatisch ist doch das oft alles gar nicht. Und vielleicht sind dann in dieser Summe an Dingen auch ein paar dabei, wo man sagt, hey, so schlimm sind die gar nicht. Oder vielleicht kann ich auch eins mal wirklich auf einen anderen Tag verschieben, weil es gerade heute einfach nicht geht. Was dann viel wichtiger ist, dass du an solchen Tagen dir ganz bewusst was Gutes tust. Wirklich was tust, wo du die schweren Gedanken vergessen kannst. Ich habe das manchmal, wenn ich so total überfordert mich fühle, auch von Arbeitsthemen und so das Gefühl habe, mir platzt gleich der Kopf. Ich saß zwölf Stunden am Laptop. Ich meine, das passiert bewusst nicht jeden Tag und Gott sei Dank auch nicht jeden zweiten Tag. Aber ich habe diese Phasen, wo ich wirklich viel tun muss. Im Moment ist gerade auch so eine Phase. Ich bin gerade mitten dabei, mein neues Buch zu schreiben. Ich mache diverse Podcast-Aufnahmen, habe zwei Großprojekte für Corporate Clients noch. Da ist wahnsinnig viel zu tun. Und es ist gerade so eine Woche wieder, wo ich echt das Gefühl habe, ganz schön viel. Was ich da immer wieder mache in solchen Phasen, dass ich mich zum Beispiel abends wirklich noch aufraffe. Und das ist echt nicht einfach, zum Sport zu gehen. Aber in dem Moment, wo ich dann mich bewege, da fällt die ganze Last von meinen Schultern ab. Was ich auch gerne mache, ist, dass ich das Backen anfange. Das funktioniert bei mir. In dem Moment, wo ich was backe, da vergesse ich einfach so die ganze Last, die ganzen Aufgabenlisten. Da bin ich einfach so im Hier und Jetzt und freue mich, da was zu kreieren. Und egal, was das für dich ist, such dir da einfach wirklich was raus, was dir hilft. Aber tu dir was Gutes, gerade wenn dir alles zu viel wird. Und sag dann nicht, naja, ich habe eh schon keine Zeit. Genau dann musst du dir die Zeit nehmen. Und es muss nicht lang sein. Vielleicht sind es auch nur zwei, drei Lieder, die du einfach mal aufdrehst und tanzt und lachst und für dich einfach ein paar glückliche Momente dir bereitest. hilft schon sehr, sehr viel. Und der letzte Punkt ist einer, den möchte ich dir ganz besonders ans Herz legen. Wenn du in einer Phase deines Lebens bist, an einem Tag, in einer Woche, vielleicht sogar in einer längeren Zeit, wo du wirklich das Gefühl hast, es ist dir alles zu viel, dann bitte um Hilfe. Hilfe. Das klingt jetzt sehr einfach. Ich habe es lernen müssen, um Hilfe zu beten. Und es ist was, das mir jahrzehntelang fremd war in meinem Leben. Ich war immer diejenige, die liebend gerne anderen geholfen hat, mit der größten Selbstverständlichkeit. Aber um Hilfe zu bitten, konnte ich nicht. Habe ich nicht gemacht, hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Das war so, das war ein Konzept, das hat für mich nicht existiert. Ich habe es gelernt in einer Phase meines Lebens, wo ich ohne die Hilfe der anderen, ohne die Hilfe von Freundinnen und Familie vermutlich nicht mehr rausgekommen wäre aus meinem Loch. Und das Schöne im Nachhinein ist, dass ich wirklich gelernt habe, um Hilfe zu bitten. Und ich habe gelernt, wie dankbar mein Gegenüber oft ist, die Hilfe geben zu dürfen. Und das ist was, das hat echt gebraucht, bis ich das verstanden habe. Und ich bin nach wie vor immer wieder überrascht. Ich habe zum Beispiel die Woche das soweit fertiggestellte Manuskript für mein Buch einer sehr engen Freundin gegeben mit der Bitte, ob sie es Korrektur lesen kann. Die hat früher sehr viel in dem Bereich PR und PR gearbeitet, ist ausgebildete Journalistin. Die kann es wirklich. Und ich vertraue ihr da auch unglaublich. Und dennoch hatte ich so ein bisschen dieses Gefühl, oh Gott, ich will ihr ja nicht zur Last fallen. Dann habe ich sie gebeten und habe sie gefragt, ob es okay ist, dass sie es liest. Und wisst ihr, was als Antwort kam? Sie hat sich bei mir bedankt für das Vertrauen. Und das ist ja das Krasse. Es ist ja so oft so, wenn wir uns trauen und überwinden, jemanden um Hilfe zu bitten, dann ist es oft so, dass da ganz, ganz positives Feedback zurückkommt. Und es ist etwas, das für mich immer noch eine so wundervolle Erfahrung ist zu sehen, dass mein Hilferuf zum einen gehört wird, zum anderen so eine positive Rückmeldung da auch kommt. Und das ist einfach was, gerade wenn du eben in Phasen bist, wo wahnsinnig viel auf deinen Schultern lastet. Trau dich, um Hilfe zu bitten. Und ja, es kann auch mal sein, dass jemand sagt, du, das passt gerade nicht. Oder nee, aus irgendeinem Grund nein. Dann frag die nächste Person. Und du wirst sehen, es gibt genügend Menschen in deinem Umfeld, die werden sich freuen, für dich da sein zu dürfen. Lass uns diese acht so wertvollen Punkte nochmal kurz wiederholen. Was kannst du konkret tun, wenn dir alles zu viel wird? 1. Atmen. 2. Dinge einzeln betrachten, nicht als Summe. 3. Fokus auf das Positive, Etappensiege feiern, erledigtes Abhaken. 5. Jemanden anrufen und den Frust teilen. Aber jemanden, der dich nicht weiter runterzieht. 5. Fünftens, nicht vergessen oder einfach daran denken, dass alles im Fluss ist, alles sich verändert und auch diese Phase vorbeigehen wird. 6. Dinge mal einfach nicht so ernst nehmen. Und ja, das ist schwierig, aber es geht. 7. Dir bewusst was Gutes tun. Ganz bewusst für dich, gerade in Zeiten, wo alles zu viel wird, dir die Zeit nehmen und dir was Gutes tun. Und Nummer 8. Jemanden um Hilfe bitten. Und mit diesen acht Tipps würde ich dich jetzt gerne entlassen. Bedanke mich ganz herzlich, dass du heute hier wieder dabei warst im Phoenix Mindset Podcast. Und ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn du dich fühlst, als würde alles zu viel werden, dir diese acht Punkte helfen, ein wenig mehr Leichtigkeit und Freude in eine schwierige Phase deines Lebens zu bringen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann tu mir bitte den Gefallen und bewerte sie. Würde mich riesig darüber freuen. Teile sie mit Freunden, wenn du vielleicht auch weißt, dass jemand gerade damit kämpft, dass er viel zu viel um die Ohren hat. Teil die Folge und hilf dieser Person damit. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe und freue mich schon, dich nächste Woche wieder hier begrüßen zu dürfen im Phoenix Mindset Podcast. Deine Sonja. Dann Dann